Oder sieben Leute in einer bestimmten Zeit Gedingsten muss Okay, da brauche ich aber ein vernünftiges Auto Wie wäre es mit einem Polizeiauto? Das wäre ja Knorke Aber ich glaube die sind abgeschlossen, oder? Nein! Cool! Zett ist very good Der ist mir Jetzt haben wir leider kein Radio Aber das ist ja kein Problem Ich versuche euch ja So ein bisschen zu unterhalten Moment, da steht auch noch ein schönes Auto Sorry, ich wechsle nochmal eben das Auto Ist hoffentlich kein Problem für euch So, wir stellen wieder auf Viroc So Ja gut, mit der Munition komme ich auch dann noch hin Jetzt, genau, machen wir noch die eine Mission Und dann würde ich sagen Wenn ich dann genug Geld habe Ich glaube nach der Mission habe ich dann die 60.000 Werde ich dann eben Ups, da Ja, fahren Sie bitte weiter Dankeschön Werde ich dann eben noch zu den Filmstudios fahren Die kaufen Und dann werde ich den nächsten Schnitt machen Weil wie gesagt, das soll jetzt noch eine ganz kurze Aufnahme sein Dass ich nochmal so ein, zwei Folgen In der Rückhand habe So, genau Und das ist jetzt die Mission Wo ich jetzt die Leute ausschalten muss Glaube ich jedenfalls Okay Also Genau, ich habe neun Minuten Zeit Um alle gegen Mitglieder auszuschalten Ähm Nochmal bitte aussteigen Oh ne, brauchen wir gar nicht In Washington Ach hier, der ist gleich hier oben Dann nehmen wir gleich das Präzisionsgewehr Und dann wäre der erste Pumbo schonmal Wow, 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 wow Ähm, bitte aussteigen Wo ist das Präzisionsgewehr? Da Ähm Und wo ist der Arsch jetzt? Ach, da oben Haha Stirb So, der nächste hält sich jetzt beim Security-Dings auf Acht Minuten habe ich noch Also das Sieht bisher ganz akzeptabel aus Wow, wow Ich dachte, ich fall ins Wasser Haha, schön So Okay Okay, so, jetzt drehen wir einmal die Platten um, die halten sich vom Juwelier auf, okay, oh, ich habe zwei Sterne, äh, okay, ich will hoffen, dass ich das so schaffe, also keine Bank, ich werde jetzt diesen Shield nicht mehr einsetzen, beziehungsweise ich setze ihn nur noch ein in wirklichen Hauptmissionen, wenn ich da wirklich große Probleme kriege, also sonst nicht. So, einmal jetzt nach Washington Beach, wow, alter, dann mal geht's noch? Sind nur zwei Sterne, ich habe nicht fünf, ah, ich komme nicht zu nahe, naja, 6,5 Minuten haben wir noch. Ist das jetzt der letzte oder der vorletzte, ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, ich habe diese Mission schon sehr lange nicht mehr gespielt, und damit ihr bitte entschuldigen, dass ich das nicht mehr so genau weiß. Ach so, der ist ja auch seinen komischen Boot. Radio ist trash, our newspaper is a run by canadians with an agenda, our very way of life, this way, we own this great state to play golf, and I'll... Ja, los, come on, mit Schmackes hier, lauf da mal hin, du Pumpel. Ähm, jo. So, einmal die Minigun. Äh, warum triffst du da nicht? Äh, springst du da bitte rüber? Dankeschön. Du sollst eigentlich nur das Boot treffen, ne? Danke. Verdammt, haben wir doch noch einen. Ach, du Scheiße. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden, aber wir sind ein mit, ähm... Mit dem Motorrad, ich glaube, den kriegen wir jetzt auch noch so hin. Mein Auto steht da, ja, Gott sei Dank, noch. So, komm, 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 komm. Ja, und ich höre die Bullen hier vorne schon. Ich hoffe nur, mein Auto hält das noch bis zum, äh, letzten jetzt aus. Fahr da bitte runter. Dankeschön. Okay, jetzt fängt schon an zu quallen, ist nicht gut. Hm. Hm, das muss jetzt aber wirklich der letzte sein. Glaube ich jedenfalls. Und kommt der eventuell auf mich zu? Ich glaube nicht so ganz. Verdammt, wo ist er? Da ist er. Ei, 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 das kann jetzt sehr heftig werden. Ich bin armd, und ich bin nicht aufgeregt, um es zu benutzen. Wir haben alle einen. Schau, wie frei ich bin. Hm. Ich fühle mich so gut. Ich fühle dich. Hey. Ja, super. Haben wir die Mission auch erfüllt. Klasse. Ja, 60.000 haben wir jetzt zusammen. Dann würde ich sagen... Ach, was soll's. Die kann ich auch beim nächsten Mal dann kaufen. Wie lange läuft die Aufnahme jetzt? Äh. Ungefähr, ja, 19, 20 Minuten. Ähm. Ja, dann werde ich das nochmal so als extra Part hochladen. Ich werde dich jetzt mal eben hier im Hotel abspeichern. Boris Chavez. Jo, dann... Achso. Kommt doch noch ein Anruf. Okay, also einen Anruf haben wir dann auf jeden Fall noch. Okay. Wusste jetzt gar nicht, dass da noch ein Anruf auftaucht. Aber naja. Ist okay. Okay, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen bei dieser kurzen Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, bedanke mich dann auch für eine Bewertung. Das wäre natürlich ganz knorkel, wenn ihr das machen würdet. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Aufnahme wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play GTA Vice City. Ich sage Tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.